There is a word inside the music Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD Ja meine lieben Freunde es ist soweit und zwar GTA 5 Redux hat ein neues Update und zwar die brandneue Version 1.7 Redux ist ja eine 4K Grafik Mod in dem ihr euer GTA 5 visuell so richtig aufpimpen könnt Ich meine ihr alle müsstet Redux eigentlich kennen und heute zeige ich euch wie ihr diese Hammer 4K Grafik bei euch installieren könnt Das ist eigentlich relativ simpel und einfach ihr benötigt einfach dazu Redux an sich selber die Datei ist 3 GB groß Da geht ihr hier einfach auf gibt über Google einfach ein GTA 5 Redux und dann landet hier auf dieser Seite hier Und dann geht ihr da drauf geht hier auf Downloaden und dann nochmal hier auf Downloaden Und dann habt ihr hier so einen kleinen gewissen Überblick was da alles neu ist was da alles bei ist und so weiter und so fort So und ihr habt jetzt hier drei Möglichkeiten das runterzuladen einmal über Torrent, Google Drive und das hier Über Google Drive funktioniert das Ganze bei mir nicht hat bei mir auf jeden Fall nicht funktioniert statt immer Downloaderror also nicht verfügbar Ich habe das jetzt hier über diesen Link gemacht den packe ich euch natürlich auch mal in die Beschreibung damit ihr es von da auch direkt runterladen könnt Ich packe euch auch alle anderen Links unten in die Videobeschreibung die ihr braucht So dann ladet ihr euch Redux runter dann habt ihr auf eurem Desktop so ein Winnerer Päckchen So dann braucht ihr noch ihr braucht noch was und zwar den WeShade Das WeShade Setup Das braucht ihr auch noch Link dazu packe ich euch auch in die Beschreibung Ihr gebt bei Google einfach ein wenn ihr es so nicht findet WeShade Setup und dann geht ihr ganz normal auf Suche Aber den Link dazu packe ich euch einfach in die Beschreibung rein weil das braucht ihr nämlich auch Das ladet ihr euch auch ganz einfach runter ihr geht da auf Download dann werdet hier unten nach hier unten weitergeleitet Dann nochmal auf Download und dann speichert ihr euch die Datei einfach hier random irgendwo auf dem Desktop Wo haben wir sie denn da haben wir sie einfach hier auf den Desktop speichern und das war's So wenn ihr das gemacht habt empackt ihr einmal Redux einmal hier entpacken wartet bis das Ganze entpackt ist ihr braucht natürlich Winnerer oder 7zip irgendwas Ihr braucht einfach irgendwas um den ganzen Kack zu entpacken auf eurem Desktop Da gibt es ja viele mögliche viele Sachen wo man irgendwas mit entpacken kann ich mache das Ganze jetzt mit Winnerer Sollte eigentlich jeder von euch auch auf dem PC oder Laptop oder sonst wo haben Genau dann entpackt ihr das Ganze auf euren Desktop hier und während das entpackt öffnet ihr schon mal Open4 Das braucht ihr nämlich auch dafür um das Ganze gleich zu installieren So und jetzt warten wir kurz noch okay ist gleich entpackt Wie gesagt Open4 braucht ihr auch wenn ihr noch keine Ahnung von GTA 5 Mods habt Dann schaut mal in die Videobeschreibung dort verlinke ich euch so ein Install Goodie Wenn ihr noch nie mit Mods gespielt habt aber für diejenigen die wissen wie das funktioniert Für die ist das ja klar dass ihr dafür Open4 braucht So ihr habt das Ganze jetzt auf eurem Desktop entpackt dann habt ihr hier diese Dateien hier Einmal die drei hier die Readme könnt ihr löschen die braucht ihr nicht dafür habt ihr ja mich So 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 und dann habt ihr hier die Redux 1.7 OIV Datei So die braucht ihr auf jeden Fall und Jawohl mein Handy hat sich selbstständig gemacht Alles klar du mich auch Ich glaube das schneide ich raus oder ach nee komm letztlich drin egal Ja auf jeden Fall Genau geht ihr dann auf Werkzeuge Und geht dann auf dieses Paket Installer Programm Und drückt dann hier auf GTA 5 Redux 1.7 Das muss die Diese OIV Datei sein So dann geht ihr auf öffnen Und dann könnt ihr das Ganze installieren Dann fragt ihr euch in den Mods Ordner Ja in den Mods Ordner Und dann geht ihr auf installieren Das Ganze habe ich schon gemacht Das kann je nach PC Leistung Ein bisschen variieren Bei mir hat das Ganze so circa 5 Minuten gedauert Bis das installiert war Aber bei euch kann es länger dauern Schneller gehen Je nachdem was ihr so für PC Leistung habt So dann installiert ihr das Ganze Und dann gehen wir zum nächsten Schritt über Dann kommen wir zu diesem Ordner hier Und zwar zu den Shaders Diese Shaders braucht ihr Und die müsst ihr in euren GTA 5 Hauptverzeichnis Ordner reinschmeißen So Da haben wir es So das ist euer GTA 5 Hauptverzeichnis Wo eure ganzen GTA Dateien drin sind Hier so wie Die Mods und Update Und so weiter und so fort So Da müsst ihr Den kompletten Ordner Außer Außer Wo haben wir es denn Genau Außer die Readme Datei Diese ganzen Sachen Kopiert ihr euch Wo haben wir es Kopieren Und dann fügt ihr das einfach in euer Hauptverzeichnis ein Das habe ich schon gemacht Deswegen brauche ich das jetzt nicht wieder machen So Als nächstes Tut ihr folgendes Ihr habt diesen WeShade Setup hier 4.3.0 Den packt ihr In euer System rein Beziehungsweise In das GTA Hauptverzeichnis rein Dort packt ihr das einfach rein Ich mache das jetzt nicht Weil ich das nämlich schon drin habe So Wenn ihr das drin habt Freunde Dann geht ihr hier auf Dieses WeShade Setup Macht einen Rechtsklick drauf Und auf Als Administrator Ausführen Das ist ganz wichtig Dass ihr daran denkt Dann klickt ihr hier auf Ja So Und dann fragt ihr euch Wo euer Spiel Denn ist Dann geht ihr einfach hier drauf Und dann sucht ihr einfach Euer Spiel Erstmal Bestimmt So das Spielverzeichnis Bei mir müsste das jetzt Lokaler Datenträger C sein Dann Programme Und Wo haben wir es denn Rockstar Games Da ist es GTA 5 So Und dann wählt ihr Das GTA 5 Launcher aus Den müsst ihr auswählen Nicht den Launcher Select Sondern einfach nur den GTA 5 Launcher auswählen Da klickt ihr dann einfach auf Öffnen Und dann geht ihr hier drauf Auf Direct 10 So Das habe ich schon gemacht Ihr klickt dann einfach Hinterher auf Ja So Wie gesagt Das brauche ich jetzt nicht machen Weil ich das nämlich schon gemacht habe Ihr klickt dann anschließend Einfach auf ja Und dann ist es auch gut So Und dann könnt ihr das ganze Zumachen Und dann haben wir es auch schon Fast geschafft Dann zeige ich euch noch Wie ihr im Spiel selber Die Shaders wechseln könnt Weil das hat sich ein bisschen geändert Von Damals Damals musste ja man nur Shift und F2 drücken Aber heute ist das ein bisschen anders Jetzt starten wir einfach Okay das können wir erstmal zu machen Das brauchen wir nicht mehr So Dann starten wir einfach GTA 5 So Und ihr werdet schon merken Dass es funktioniert hat Indem ihr andere Titelbilder seht Beim Start von GTA 5 Nicht mehr die gewohnten Bildern Mit den GTA Charakteren Okay Einige werden noch dabei sein Aber es wird sich schon Beim Start bemerkbar machen Dass sich einiges geändert hat Und was sich geändert hat Seht ihr natürlich jetzt auch So Und im Hintergrund Könnt ihr schon sehen Dass sich hier was verändert hat Dass wir jetzt andere Titelbilder haben Wenn wir das Spiel starten Und das ist was ich meine Wenn das bei euch auch so ist Dann wisst ihr Dass es funktioniert hat bei euch So Im Spiel angekommen Sieht das doch schon richtig fresh aus Muss ich sagen Also Ich liebe einfach Redux Weil das einfach die beste Grafikmod überhaupt ist Es gibt für mich einfach Keine andere Grafikmod Die besser ist als Redux So Wie könnt ihr jetzt Zwischen den Shadern wählen Also Um euer persönlichen Stil zu finden Um euer GTA So am besten wie möglich zu machen Und zwar drückt ihr auf Eurer Tastatur Die POS 1 Taste Also POS 1 Diese Taste müsst ihr drücken Bei anderen kann es die Home Taste Müsste sein Aber bei mir ist es jetzt die POS 1 Taste Wenn ihr die habt drückt sie auf jeden Fall Dann öffnet sich nämlich dieses Fenster hier So und hier habt ihr Verschiedene Einstellungen Übersichten Und hier haben wir nochmal Übersichten zum System Wie das läuft Dann habt ihr noch andere Informationen Und so weiter und so fort Also ihr braucht einfach nur auf Home gehen Und dann hier ganz oben Wo bei mir jetzt Dark und Realistik steht Bei euch kann natürlich was anderes stehen Weil ich das schon eingestellt habt Und dann habt ihr hier die ganzen Shaders Die ihr gerade importiert habt So wie Ultra V1 So ihr könnt schon sehen Dass sich das bei mir im Hintergrund ändert Dann haben wir natürlich noch Ultra V2 Und alles mögliche was dabei ist Wie zum Beispiel Was haben wir hier noch Das hier Aber ich persönlich empfehle euch Ich habe früher immer Deep and Witch genommen Weil Deep and Witch ist das hier Aber das hat sich irgendwie geändert Das ist irgendwie nicht mehr so cool Wie es früher war Deswegen empfehle ich euch jetzt Was ich benutze Das ist Dark und Realistik Diese Grafik Mod Also diesen Shader benutze ich momentan Ja und dann drückt ihr wieder POS 1 Und das Ganze einfach zu schließen Und dann habt ihr auch euer Shader Beziehungsweise eure perfekte Einstellungen installiert Also das ist eigentlich recht simpel und einfach Ich finde das eigentlich mega geil Ist es einfach zu installieren Also viel einfacher als früher Weil früher war das Ganze noch ein bisschen komplizierter Redux hat das ein bisschen einfacher gestaltet Wie ich finde Also auf jeden Fall ist das ziemlich nice Ja meine lieben Freunde Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da Mit einem Daumen nach oben Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren Ansonsten folgt mir noch auf Instagram Und Kanalmitglied Also VIP Mitglied könnt ihr mittlerweile bei mir auch werden Informiert euch einfach auf meiner Hauptseite Ansonsten wenn es euch gefallen hat Gebt dem Video ganz einen Daumen nach oben Damit die anderen Leute genau wissen Dass das funktioniert hat Ansonsten könnt ihr das Video gerne noch mit euren Freunden teilen Wenn die auch so eine Hammer Grafik haben wollen Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen Meine lieben Freunde Und ich sage noch Bleibt gesund meine lieben Freunde Bleibt treu Und dann sehen wir uns beim nächsten Video Von German HD Ciao Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal